Hier ist Radio Taiwan International, am Mikrofon begrüßt Sie Uta Rindfleisch mit dem Programmteil Kulinarisches Taiwan. Liebe Hörer und Hörer, vor längerer Zeit habe ich im Rundfunk eine Musiksendung gehört, die sich übersetzt Rossinis Küche nannte, da der italienische Opernkomponist nicht nur ein Feinschmecker, sondern auch ein ausgezeichneter Koch gewesen sein soll. Für dieses Programm wählte die Moderatorin gewöhnlich ein Gericht und legte dann zu diesem Gericht passende Musik auf. Nun habe ich kürzlich ein Buch gefunden, das sich übersetzt Künstlerküche des Tages nennt. Es handelt sich dabei um eine Kunstgeschichte Taiwans für die Zeit der japanischen Kolonisation, die einerseits in einem Stil geschrieben ist, der für junge Leute recht ansprechend ist, mit dem aber auch ich noch ganz gut zurechtkomme, andererseits nach jedem Kapitel, das einen Künstler aus dieser Zeit beschreibt, ein Gericht vorstellt, das nach der Meinung der Autoren sehr gut zu diesem Künstler passt. Eine interessante Idee, die mir sehr zusagt, weil ich mich sowohl für die taiwanischen Künstler als auch für die taiwanische Küche interessiere. Ich werde daher im Laufe des Jahres immer wieder einmal ein Gericht aus diesem Buch sowie den dazugehörigen Künstler vorstellen. Heute möchte ich mit Yen Shuelung beginnen, der zwischen 1903 und 1997 lebte und nicht nur Künstler war, sondern auch Kunsterzieher, Werbedesigner, Erforscher des Kunsthandwerks in Taiwan und der erste Designer in Taiwan, der die Idee eines Systems der Unternehmensidentität umsetzte. Schon früh verlor er seine Eltern, später auch seine Großmutter und seine Schwester, letztere nicht durch Tod, sondern durch Heirat. So war er zwar einerseits ziemlich auf sich allein gestellt, andererseits war er aber auch frei, das zu tun, was er wollte. Schon mit 15 Jahren arbeitete er als Lehrer, ging dann aber mit 17 Jahren nach Japan, wo er studierte, aber nebenbei auch noch Geld verdienen musste. 1922 wurde er in die Abteilung für westliche Malerei der Kunstschule Tokio aufgenommen. Seine beiden Lehrer an dieser Schule sollten seinen späteren Malstil stark beeinflussen. Einer von ihnen, Okada Saburo-Suke, hatte auch großes Interesse am Kunsthandwerk, also an der Ästhetik der traditionellen Kultur. Als Yen-Shuelung nach seinem Abschluss nach Taiwan zurückkehrte, musste er jedoch feststellen, dass es in Taiwan viel mehr Bewerber für Kunstlehrer-Positionen gab, als Stellen vorhanden waren. Auch nachdem er daraufhin nach Japan zurückgegangen war und ein Magisterstudium abschloss, half ihm das nicht in Taiwan, eine Stelle zu finden. Daraufhin beschloss er, nach Paris zu gehen. Freunde halfen ihm, eine Ausstellung seiner Werke zu organisieren, die bei Lin Sien-Tang der reichen Familie Lin in Ufong auf großes Interesse stieß, sodass dieser bereit war, seinen Paris-Aufenthalt finanziell zu unterstützen. Er studierte dort nicht nur den Stil verschiedener Künstler, sondern auch die Leinwände und Farben, die diese verwendeten. Neben der reinen Kunst faszinierten ihn dort die Werbeplakate, Buchillustrationen und großflächige Mosaike. Er musste dann jedoch wegen einer Leberkrankheit nach Taiwan zurückkehren, wo er weiterhin keine Arbeit fand. Er erhielt vielmehr eine Stelle im japanischen Osaka, wo er in einer Firma für Zahnpflegeprodukte als Werbedesigner wirkte. Er war damit der erste Taiwaner, der als professioneller Werbedesigner arbeitete, in einem Berufszweig, den die meisten anderen taiwanischen Künstler verachteten. Er jedoch schuf in diesem Metier wegweisende Werke. Sein Wunsch war es jedoch, Talente im Kunsthandwerk heranzubilden. Zwischen 1933 und 1944 bekam er schließlich einen Auftrag vom Generalgouvernement in Taiwan, Forschungen zum Kunsthandwerk in Taiwan durchzuführen und dieses zu fördern. Die Ergebnisse dieser Forschungen veröffentlichte er 1952 in dem Buch Taiwans Kunsthandwerk. Er brachte damals schon die Idee einer Kreativindustrie vor, wie sie nun seit einigen Jahren in Taiwan gefördert wird. Er förderte jedoch nicht nur das Kunsthandwerk in Taiwan, sondern hatte auch einen Einfluss auf die Stadtgestaltung. Als der Taipeer Bürgermeister Gao Yu Shu ihn zum Berater machte, schlug er vor, ähnlich wie er das in Paris auf der Champs-Élysées gesehen hatte, die Dunhua-Nordstraße und die Renneistraße zu breiten Alleen auszubauen. Er wurde damals zwar verlacht und ihm wurde vorgeworfen, dass dadurch wertvoller Bauplatz verschwendet würde, doch jetzt ist Taipe froh über diese breiten Alleen. Er bewies also auch hier wieder einmal Weitsicht. Für eine Bäckerei in Taichung, die für ihre sogenannten Sonnenkuchen bekannt wurde, hat er nicht nur den Namen dieser Kuchen gewählt, sondern auch das Logo und die Verpackung entworfen, für die er Sonnenblumen wählte. Für diese Bäckerei schuf er auch ein Wandmosaik mit Sonnenblumen, aus dem einfachen Grund, weil er Sonnenblumen sehr warm und schön findet. Dies war jedoch noch zur Zeit des Ausnahmezustands in Taiwan und da die Sonne das Symbol des politischen Feindes Mao Zedong auf dem Festland war, wurde der Bäckerei vom Geheimdienst unterstellt, sie würde Werbung für die Kommunisten machen. Schließlich verdeckte die Bäckerei das Mosaik mit einer Holzplatte, die sie erst nach der Aufhebung des Ausnahmezustands wieder abnahm. Zum Glück lebte Jens Schwellung lange genug, um das noch erleben zu dürfen. Nach all dem, was sie nun gehört haben, werden sie wohl vermuten, dass zu Jens Schwellung wohl am besten die Sonnenkuchen passen würden. Tatsächlich hat die Autorin jedoch ein anderes Gericht ausgewählt, da sie selbst noch nie Sonnenkuchen gemacht hat. Sie hatte in Erfahrung gebracht, dass Jens Schwellung sehr gerne nicht zu stark gewürzte japanische und taiwanische Gerichte liebte und sie vermutet, dass er für ein Gericht Zutaten mit warmen Farben wählen würde. Daher hat sie sich für ein Gericht entschieden, dass es in verschiedenen Abwandlungen sowohl in der japanischen als auch in der taiwanischen Küche gibt und bei dem durch die Zutat von verschiedenfarbigen eingelegten Eiern ein Mosaikeffekt geschaffen werden kann. Es handelt sich um das Gericht Drei-Farben-Eier, wobei es sich um gestocktes Ei mit Inhalt handelt. Als Zutaten benötigt man dafür vier Hühnereier, zwei tausendjährige Eier, ein eingesalzenes Ei, zwei Esslöffel Mieren und einen Esslöffel Reiswein. Die tausendjährigen Eier zunächst hart kochen, etwa fünf Minuten lang, dann abschrecken. Die tausendjährigen Eier und das eingesalzene Ei schälen und in vier bis acht Stücke schneiden. Die Hühnereier verkleppern und mit Mieren und Reiswein vermischen. Man kann die Eiermasse, damit sie ganz fein wird, auch noch durch ein Sieb laufen lassen. Nun können Sie entweder eine kleine Auflaufform oder eine Form für einen Kastenkuchen nehmen. Die Auflaufform kann man einölen, bei einer Kastenform ist es noch einfacher, wenn man sie mit Backpapier auslegt. Achtung, das Gefäß, das Sie wählen, muss in den vorhandenen Dämpftopf passen. Nun die Eierstücke in die Form geben, und zwar so, dass Sie helle, also die des eingesalzenen Eis, und dunkle, also die der tausendjährigen Eier, abwechseln, sodass ein Mosaikeffekt entsteht. Die flüssige Eiermasse darüber gießen. Das Gefäß in einen Dämpftopf mit Wasser stellen und etwa 15 Minuten dämpfen lassen. Am besten ist es, wenn der Topf nicht völlig abgeschlossen ist, sondern ein klein wenig Dampf entweichen kann. Dann das Feuer abstellen, aber noch 5 Minuten mit geschlossenem Deckel stehen lassen. Danach kann man den Nadeltest machen. Das heißt, wenn man mit einer Stricknadel hineinsticht und nichts hängen bleibt, ist das Gericht durchgegart. Wenn nicht, dann muss man es noch einmal etwa 5 Minuten dämpfen lassen. Dann abkühlen lassen, denn nur in abgekühltem Zustand kann man dieses Gericht in Scheiben schneiden. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, dass Ihnen diese Künstlerküche so viel Spaß wie mir macht. Auf Wiederhören, ein Mikrofon war Utarenfleisch.